So, da müssen wir jetzt mal schauen. Da sind wir. Ach, wir sind gar nicht mehr in dem Gebiet jetzt. Oh, das ist ja super. Okay. Hier kann ich eine fremde Person treffen. Ja, dann würde ich sagen, dann reite ich doch hier mal los. Guten Tag. Hallo? Darf man mit dir reden? Oh, es ist ein Tag, nicht wahr? Sure. Was für unser Land. Ich arbeite auf ein Projekt. Fotografie. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen. Natürlich. Wildlife, das ist meine Sache. Oder das ist was ich, dass ich meine Sache sein soll. Wenn ich noch eine andere Bildung von einer grumpen Hausfrau, von einer pompischen, mittel-klasse Burger, werde ich mich an die Leyen geben. Stand hier. Hier? Ja, einfach... ... ... ... ... ... ... ... Oh, huh. Wo ist der hin? Wo ist der denn hin? Hallo? Nein, wieso kann ich nicht zielen? Hallo? Willst du mich veräppeln? Wieso kann ich nicht auf den schießen? Wieso ist der jetzt hinter mir? Achso, okay. Ja, in welche Richtung war der jetzt? Ja doch, das müsste die aber sein. Warum zeigt der mir denn an, ich soll in die andere Richtung gehen? Ja, ja, ich habe dein Schmack. Oh, gut, gut. Oh, danke, danke, Herr. Oh, okay. Das war es jetzt schon. Geht's noch? Was? Oh, nein, ich habe doch gerade was ganz anderes vorgehabt. Ja, wenn es unbedingt sein muss. Das ist aber nicht die Richtung, wo ich hinwollte. Ja. Ja. Sie sagten, dass er nach Hause geht? Ich habe noch nie zurück. Ich konnte den Tracern sehr schnell, aber nur ein Zeitpunkt bevor sie entscheiden, zu holen und nach der Stadt zu holen. Ich glaube, wir sind wieder in Sides. Wann sind wir nicht, Arthur? Fair Punkt. Was will Dutch machen? Das ist nicht für mich zu sagen. Dann reib doch. Er ist ein Problem. Wir alle wissen es. Ist das für mich zu sagen? Ich glaube, es ist, Arthur. Na, lass uns den Arsch erst. Worry about how to kick it later. Okay, wir sind nahe. Dann reib doch nicht so schnell. Okay. Habe ich jetzt die richtige dabei? Ja, okay. Ich... Entschuldigung, muss erst mal niesen. Sind das die vier Leute? Nee, Moment. Oh, Moment. Okay. Ich glaube, ich würde nämlich jetzt einen von uns erschießen. Genau, das ist er. Also, drei Stück sind es, wenn ich es richtig sehe. Okay. Okay, okay. Also, sehe ich nicht viel. Das waren alle, oder? Oh. Nee. Hier steht wieder. Warum? Ey! Achso, das war gar nicht meins. Ich dachte grad schon. Ja, wir haben den wieder mal den Arsch gerettet, Junge. Äh, ich muss aber erst mal gucken, ob ich hier irgendwas mitnehmen kann. Ja, ja. Erst plündern, weißt du doch. Wundertonikum? Ah! Oh! Uh, wow! Oh... Dank, Xavier. I owe you for this. Well, I'm gonna head back camp, find a bottle, and, uh, nurse these bruises. Yeah. I'm headed to camp as well. Thanks, Arthur. What's next? Gerne, gerne. Ich mach' doch jeden Scheiß mit hier! So, mal schauen, ob wir hier vielleicht noch irgendwelche Truhen oder sowas plündern können. Das sieht gut aus. Was ist das? Dosenfleisch. Ah, okay. Ah, ein bisschen Geld kann ich immer gut gebrauchen. Angebrochener Kautabak kann ich nicht mitnehmen. Okay. Halt, Stopp, da war ein Kaugummi. Ich möchte das gerne nehmen, bitte. Nein. Ich hätte auch gerne den Bottich hier und bitte ein bisschen Wasser drin, damit ich meine Klamotten auch endlich mal sauber machen kann. Moment, hier kann ich noch was plündern. Nein, bleib stehen. Nein. Ach, dann visiert ihr den an. Ja, super. Ich habe hier einen schönen Hut, aber, naja. Meiner ist irgendwie besser. Weg da. Kopfverdickung austauschen. Nee, das machen wir nicht. Was ist hier mit dem Wagen? Ist da irgendwas Interessantes drauf? Nichts, was wir öffnen können. Okay. Hallo, Prinz! Ja, es ist auch schön, dich zu sehen. Komm, wir reiten weiter. Der ist schon wieder. Den haben wir doch schon mal gesehen. Ich würde den ja am liebsten mal erschießen. Ich habe versucht, ich habe versucht, ich habe versucht, ich habe versucht. Hey, Freund. Ich bin nicht sehr gut mit der Leben, mein Freund. Er wird mir nicht den Message senden. Er wird nicht. Ich bin hier für Jahre, und nichts, nichts, nichts. Er ist der Signal? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wie, wie du wissen? Wie, wie ich wissen? Wie, wie ich wissen? Ich würde sagen, wir reiten dann mal weiter. Ich würde sagen, wir reiten dann mal weiter.